Heute möchte ich euch um eure Mithilfe bitten und einigen hier schon mal für ihre Mithilfe danken. Ich plane einige Beiträge zum Thema Depression am Arbeitsplatz, Burnout. Ich will jetzt noch nicht im Detail sagen, worum es dabei geht, aber ich werde dazu eure Stimmen, eure Informationen verwenden. Und hatte schon mal die erste gestartet und die anderen sind schon fertig. In den nächsten Tagen und Wochen kommen hier weitere Umfragen. Die erste Umfrage war, das will ich euch mal kurz zeigen hier, hattest du schon mal einen Burnout? Und ich finde, das sind ziemlich krasse Ergebnisse, wenn man sich die mal anguckt. Die entsprechen aber den Statistiken. Also 31 sagen Nein und offensichtlich hatten sie auch nichts damit zu tun, weil ich hatte die Fragen extra so gemacht, dass diejenigen, die das Gefühl haben, sie sind kurz vorm Burnout, jetzt nicht einfach Nein sagen, weil sie noch keinen hatten, sondern dass wir die hier auch erfassen. Also 30 Prozent sagen weniger als ein Drittel sagt, nee, habe ich nichts mehr zu tun. Dann immerhin 15 Prozent und 11 Prozent, wenn wir es zusammennehmen, 20, 26 Prozent sagen, ja, doch, ich bin immer so kurz davor, ja, aber es hat noch nie so richtig zugeschlagen. Ja, also das ist nochmal ein sehr großer Teil. Und dann über 50 Prozent sagen Ja. Und da hatte ich nochmal nachgefragt, wie viele sich in ärztliche Behandlungen begeben haben. Und das ist ein ganz interessanter Unterschied hier. Der 24 Prozent waren, also ein Viertel aller, die hier auf dem Kanal sind, ja, waren schon mal mit einem Burnout in ärztlicher Behandlung. Also haben eine Diagnose auch bekommen. Davon gehe ich mal aus. Natürlich könnte jetzt vielleicht auch einige sein, die sagen, gehen zum Arzt, sie haben Burnout. Und der Arzt sagt Ja, ich schreibe sie mal krank. Macht das wegen Magenschmerzen oder wegen Erkältung oder so, dass sie nehmen sie einfach mal für ein paar Tage aus dem Verkehr. Das ist kein Burnout, ja. Dazu kommen wir aber dann noch im Weiteren, wenn ich die Videos dazu mache. Und diejenigen, die jetzt sagen, die 20 Prozent, die sagen Ja, ohne ärztliche Behandlung, da muss ich sagen, gibt es nur zwei Varianten. Entweder das ist extrem fahrlässig, was ihr macht, oder ihr hattet keinen echten Burnout. Ja, auch dazu komme ich nochmal in den Videos. Es ist meines Erachtens so, dass jedem Burnout im Prinzip einer Depression zugrunde liegt. Das heißt, das, was viele als eine Arbeitsüberlastung ansehen, ist kein Burnout. Ja, auch nicht im Hinblick auf diesen Burnout, hatte hier auch jemand in den Kommentaren geschrieben hier. Ach ja, genau, das ist hier gleich, kann ich gleich nochmal einblenden. Das niedliche Wort Burnout, handfeste Depression nennt man das richtig, sehe ich auch so. Und das halte aber das Wort Burnout nicht unbedingt für niedlich, ja, sondern für durchaus auch aus strategischen Gründen sinnvoll, arbeitsrechtlich gesehen. Medizinisch ist es überhaupt nicht sinnvoll, medizinisch ist es nur eins sinnvoll, die zugrunde liegende Depression zu erkennen und zu behandeln. Aber auch da werden wir noch hinkommen, das hier im Einzelnen zu besprechen. Da werde ich mir dann auch nochmal externen Sachverstand heranholen. Ich hatte in den letzten, im letzten Jahr an einem Ratgeber der Stiftung Warentest zum Thema Burnout geschrieben, mitgeschrieben, den arbeitsrechtlichen Teil geschrieben. Dazu werde ich dann, darauf werde ich dann auch nochmal kommen. Jetzt möchte ich euch einfach bitten, euch auf dem Fernseher-Kanal an den Umfragen zu beteiligen. Hier ist auch nochmal unten ein Link auf diese Umfrage. Und ich werde in den nächsten Wochen die entsprechenden Auswertungen vornehmen, werde meine Erkenntnisse, die ich euch präsentieren will, nochmal ein bisschen anpassen an die Erkenntnisse hier aus den Umfragen, also ganz konkret an eure Probleme. Und ihr werdet auch bei den nächsten Umfragen so ein bisschen erkennen, dass ich diese Thematik nochmal von verschiedenen Seiten etwas einkreise. Man hat ja hier immer nur, glaube ich, fünf oder sechs Alternativen. Ja, die treffen es dann nicht. Ich muss mich da mal so ein bisschen entscheiden. Andersrum zwingt mich das aber auch zu versuchen, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Wenn ihr noch Fragen habt in dem Zusammenhang, würde ich euch bitten, die Fragen unten in die Kommentare zu bringen. Burnout, Depression, psychische Erkrankungen und Arbeitsverhältnis, all die rechtlichen Fragen zu rechtlichen Dingen, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und ich werde auch dazu dann entsprechende Videos hier in den nächsten Wochen veröffentlichen. Das ist jetzt kein sehr schönes Thema, ist ein sehr belastendes Thema für alle Beteiligten. Wenn du schon eine Kündigung oder einen Aufhebungsvertrag hast, kannst du deutschlandweit anrufen. Und wenn du jetzt vielleicht Arbeitgeber bist und sagst, ja, ich habe verschiedene Mitarbeiter mit psychischen Erkrankungen, Burnout höre ich auch immer öfter, was kann ich da tun? Wir haben ja auch einen Arbeitgeber-Coaching-Kanal. Dort werde ich auch in den nächsten Wochen entsprechende Videos aus Chefsicht sozusagen veröffentlichen. Wie gehe ich als Arbeitgeber mit solchen Erkrankungen meiner Arbeitnehmer um? Welche Pflichten habe ich und was muss ich auch aus eigenem Interesse machen? Und da kann ich schon mal sagen, dass eigentlich die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers die rechtlichen Rahmenbedingungen an das anknüpfen, was auch in deinem Interesse als Arbeitgeber, als Personaler ist. Ja, also da klafft mal dein Interesse und die Rechtslage nicht auseinander, wie zum Beispiel beim Kündigungsschutz, wo du jemand loswerden willst und der hat Kündigungsschutz und du musst fette Abfindungen zahlen. Das ist natürlich nicht dein Interesse. Dort ist es für Arbeitgeber einfacher und deswegen umso wichtiger, dass man da die Kenntnisse hat.